Herzlich Willkommen in meinem einzugsbereiten Kampfer Traumhaus. Endlich ist sie da, die Küche. Traumhaft schön geworden mit der Kochinsel, mit der Theke. Alles fertig, Abzugshaube, ganz modern und schön Design. Insofern freue mich hier, das erste Gericht kochen zu können. Wohn-Essbereich, alles fertig, die ersten Kartons habe ich schon mitgebracht. Schauen wir mal weiter, was unten so ist. Hier, wie euch ja schon mal gezeigt, ist der Fitnessraum. Jetzt auch mit den Spots oben in der Decke drin. Dann nochmal ein besonderer Boden, weil die hohen Gewichte hier natürlich nichts kaputt machen sollen. Hier ein direkter Durchgang, wunderschön gemacht, direkt in den Wellnessbereich. Das Gehirn meines Hauses, ja, der Technikraum mit den verschiedenen Geräten. Ja, jetzt sind wir im Obergeschoss angekommen und mein Herzstück, mein Bad kommt herein. Meine Badewanne mit Whirlpool-Funktion. Ein Ort, an dem man sich fallen lassen kann, an dem man relaxen kann. Ich bin unglaublich glücklich, freue mich euch jetzt noch. Ein anderes Herzstück meines Hauses sind eigentlich alles Herzstücke, ja, ist einfach ein Traumhaus, ja, mein Schlafzimmer. Schön groß, schön hell. Wir haben hier hinter der Tür, haben wir das Ankleidezimmer noch. Und natürlich das Schönste von dem Ganzen ist der Ausblick, ja, der Ausblick bis auf Wetzlar hinaus. Und ja, wie ihr jetzt sehen konntet, das Haus ist wirklich bereit, es ist einzugsfertig. Ja, ich kann es kaum erwarten, jetzt hier mein Zeug reinzubringen, mein eigenes Kampertraumhaus. Ich finde es toll, dass ihr die ganze Reise mit mir zusammen gemacht habt und wir jetzt einfach final fertig sind, einziehen können. Und ich bedanke mich, dass ihr immer dabei wart, es war eine tolle Zeit.